Am kommenden Sonntag ist Landtagswahl. Diese Wahl steht auf Messers Schneide. Ich bitte Sie herzlich, gehen Sie zur Wahl. Sprechen Sie mit vielen, vielen Menschen bis dahin. Wenn Sie ausstrahlen, dass diese Wahl eine Richtungswahl ist, dass es um Nordrhein-Westfalen geht, dass jeder seine Verantwortung hat, indem er wählen geht und zwei Stimmen, die erste und die zweite Stimme für die CDU, abgibt, damit das Land weiter stabil bleibt, damit es weiter aufwärts geht und jeder seine Chance zum sozialen Aufstieg hat. Wenn Sie das machen, dann bin ich optimistisch, dann werden wir es schaffen.